halli hallo hallo ich mein lieben freund und herzlich willkommen zurück zu portal nights und wieder mit einem start ist der nero ja wir wollten jetzt wieder portellieren uns ich stehe gerade vor einem portellierungsportal auf jeden fall spring rein die granat bucht das klingt ja granatisch ja volle granate du das sieht aber schick aus das ist richtig eine burg oben drauf sind irgendwelche böse 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 was haben wir denn hier von felsen die man den riesen felsen eines da oben auch etwas besonderes drauf keine ordnung wo kommt man da unten böse böse ork sterben 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 Ah, gelbes Brutalstein-Flagmen. Ah, cool. Boah, Alter, wenn der zuschlägt, da wächst kein Gras mehr. Haltewitzker. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das für Früchte? Kürbis, jetzt lieber. Kürbis. Hören wir uns mit. Warum nicht? Genau. Und Meeren. Möhren, Möhren, Möhren. Lecker, Möhren. Wir brauchen mehr Möhren. Pilze, ganz komische Pilze. Ich glaube, die sind bloß Deko. Okay, wunderbar. Haben wir auch so grüne Steinchen. Oh, was bist du vom Busch? Du bist kein Busch. Hahahaha, hilfe. Boah. Bisch denn, du? Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Scheiße. Hilfe. Doch, du hast du gut, ja? Ah. Boah. Geil im Himmel, wo ist es? Ach, dahinne. Ich krieg dich nieder, ich krieg dich nieder. Kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Oh, doch, Problem, doch, Problem, doch, Problem. Ist heute ab? Hahahaha. Jetzt ist er ein Mohn, oder? Ach, da ist die Mohn. Oh, der tut, ja. Saugeil. Was hat er hier für grüne Steine an? Rohrgrüners Maragd. Mhm. Genau, jetzt will ich mal diese Bombe ausprobieren. Oh, okay, so kriegt man auf jeden Fall Materialien schneller. Okay, die Bombe ist cool, da will ich mehr von. Okay, jetzt würde ich sagen, wir probieren mal oben in das Schloss mal reinzukommen. Jep. Ah. Gibt's noch Riesenpilze? Ich will auf jeden Fall nochmal so einen Glimmerbaum mitnehmen. Da will ich auf jeden Fall auch noch, ach, das sind ganz normale, was Glimmerbaum. Die glimmern so, so schön. Die runden? Die Biesenbaum. Ich weiß nicht, welche das sind genau. Was sind? Oh, was hab ich denn hier? Oh, gelber Stein. Oh, hier ist das Portal. Ah, guck, und jetzt gibt's hier nämlich auch gelbe Portale. Genau so. Und hier ist wieder ein blaues Portal. Ja, da musst du dann deine Steine noch reintun in das blaue Portal, weil ich hab bloß einen noch da. Ich bin schon wieder dahin, okay. Warte mal, ich guck mal kurz, wie viel wir jetzt, wir sind jetzt hier. Und haben hier sogar drei Portale. Wow. Sehr heftig. Also ich glaub, du kannst dich echt ganz schön verlaufen, ne, mit den ganzen Portalen. So, ich setz jetzt erst mal die Portale. Achso, ich dachte, du gehst hier weiter auf den Platz. Nö, du bist ein großer Krieger, du weißt das. Großer Krieger, sag ich doch. So, hier haben wir wieder die Bombenbomber. Bombenbomber? Das ist das blaue und hier die gelben, die müssen wir uns leider erst basteln. So, und schon stehen wir, jetzt stehen wir vor den Toren. Ich hab auch keinen Schleifstein mehr, scheiße. Ähm, dein Leben, Onkel. Ich hab... Achso. Hm. Na, mehr kann ich jetzt nicht nehmen? Ach doch, hier, was hab ich nie. Okay, also Oma, böse, böse Jungs. Dann wär's mal runter. Das sind noch bösere, bösere Jungs. Zumal. Bis wahrscheinlich. Oh, hier ist ein Knast. Okay. Hui. Ich bin so noch tiefer. Oh, ich kann gegen ihn nichts machen, da bist du. Ah! Derb! Ja. Oma, kommst du mal zu mir? Ah! Wo? Da hinten hab ich, äh, grad Steine gelootet. Oh, hier ist noch eine Kiste, lootet du die immer. Jetzt kippst du ja noch. Lootet du die, warte mal, wo? Lootet du die, tut die. Rechts. Meinst du dieses Fass, oder was? Nee, nee, hier. Ach ja. Gucken wir erst, fackelschuppen. Feuergeist. Hm. Okay, ich glaub, ich bin voll. Ich bin auch voll, weil ich kann das hier hinten nicht mehr einsammeln, aber was könnte man dann mal? Oh, ich hab zehn Bomben. Ach, das Dienst, scheiße, die kann ich auch wegmachen. Was will ich denn damit? So, was hab ich denn jetzt, wo ich wegschmeißen kann? Holz. Holz kriegen wir immer wieder. Kübiss-Setzlinge. Karottensetzlinge. So, genau. Wow. Wow. Da unten ist was Großes. Gefallen der Pfleger. Yay. Na, endlich ist ein Stufenaufstieg. Jetzt hat. Ich glaub, wenn wir hier fertig sind, dann können wir auf jeden Fall eine Rüstung bauen. Cool, wenn man den Brunnen ankommt und den mitnimmt. Oh, die Dinger sind wieder durch. Ach, guck mal, Kammer. Ey, das ist ja geil hier. Das Stato will ich auch im Haus stehen haben. Ich hab auch schon eine einstecken. Ich glaube, aber auch alles, was nicht Nägel und Nagel fest ist. Oh, ich hab, ich kann, ist scheiße. Ich hab kein Dings mehr. Ich hab keinen Schleifstein mehr. Okay, ich bin tot. Alter, wie tief's hier reingeht in die Burg. Oh, übel. Richtig übel. Aber ich... Ähm. Mhm. Und jetzt? Komm ich wieder zu dir? Ach, so. Glauben wir da? So. Ich komm mal zu dir. Bup, bup, bup. Ui. Wieso wir eigentlich nachher rauskommen? Hm? Wieso wir eigentlich nachher wieder rauskommen, aber... Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ich irgendwie jetzt gerade... Ja, ähm... Meine Waffen. Go! Oh. Wunderbar. Das schon. Eieieiei. Oh. Hahaha. Hahaha. Nääääää. Hahaha. 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 So, ging's ja jetzt hier wieder lang. Ach ja. Wollen wir nicht erst mal nach Hause Schleifsteine machen? Ja, bitte. ätte. Das ist, glaube ich, echt ganz cool. Ich hab zwar noch ein paar, aber... Tasches sind voll, das bringt ja alles nichts. Die friedlichen Hügel. Gleich noch Rüstung und so'n Scheiß machen. so unsere felder sehen doch ganz gut ganz gut aus ein bloppel 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 bloß ohne leuchtkopf ok rüstung kann man natürlich nichts machen weil ich den rest noch in der Kistensteine. Gelbe Portalsteine. Ah, ich muss mich erst mal ausräumen. Genau, das mache ich jetzt auch erst mal so. Du da rein, du da rein. Kekerkäsergitter, okay. Aber jetzt hier drin, hier war das Essbache drin. So. Bleckere. Da haben wir noch Blecker. So, dann war hier drin, waren Setzlinge. Ich glaube, da haben wir auch wieder einiges gehabt. Karotten, Setzlinge. Ui, ja, fällt auch. Werden sich noch weiter erweitern. Weiter, weiter, weiter. Warum ist denn diese Pilzsporen... Sind das Setzlinge? Pilzsporen? Ah, ja, ja, Pilzsporen sind Setzlinge. Kürbis-Setzlinge, okay. Goldglimmer-Busch-Setzlinge, wunderbar. Ähm... Ähm... No? So. so viel so wie sich die dings da kannst du steifsteine machen du bist du bist jetzt gerade in der kiste stein blöcke gold glimmer burscht setzt ja okay warum machen wir die portalsteine da rein ich habe es einfach mal reingepackt einfach mal so weil wir es können was ich hier zu haben will stunde sein weil ich jetzt nicht was ich muss da hin oh wie geil das mache ich mir doch gleich mal wie geil oh wie geil meins so ich wir wollten rüstung bauen was in der richtung ist ja noch viel geiler ich bin jetzt gerade am knurbeln ich habe jetzt meine rüstung angefangen zwar als wildhüter hell ach so wir wollten ja mit diesen mit diesen schuppen die noch gar nicht machen stimmt so war das ja also ich mache erst mal die wo bloß knochen gebraucht werden weil dann für die schuppen haben wir einfach zu wenig dass man irgendwie groß ausrüst was habe ich die jetzt an ich glaube was habe ich den also oberteil und das sehr cool auch ernsthaft was soll ich los die statuen sind echt cool ne die statuen die statuen wo du hingesetzt hast sieht gut aus wunderbar kein mensch braucht diese puppe da hinten das ist kommt weg Bäm, bäm. Ui. Ein Grill ist das. Ah ja, okay. Mal rechnen jetzt mal. Hehehe. Ich muss das mal... Grill. Hier war die Kiste für Klammern. Ach, und sowas tun wir da auch rein. Okay, das ist schön. Gut zu wissen. Wie höre ich das hier noch mit rein? Hm. Machen wir hier hin. So läuft es schön, sehr schön. Gut, da brauche ich noch einen. Hahaha. Das möchte ich gerne wieder raus haben. Das fällt schwarz, lass ich da drin. Oh, jetzt fehlt mir natürlich noch ein Rüstungsteil. Genau. Und ein bisschen vollständig? Ja. Ach so, cool. Du hast jetzt, äh, von Knochen, ne? Ich hab die von Knochen genommen, weil wir bei dem anderen ja Probleme noch nicht so viel haben mit den... Genau. Zack, zack, zack. Saugeil. Ui, Onkel. Na? Schick aus. Ah, schick. So, jetzt brauchst du ja noch was. Brauchst du das selber, oder? Ähm, ich würd's ein bisschen selber bauen dann, ja. So, ich muss jetzt mal gucken, wo das jetzt alles, ähm... Ich würd jetzt gerne mal auch mal schauen, was damit jetzt hier ist. Weil das ist... Werkbank. Zehn Dings in Silber-Barren. Das ist gar kein Kupfer-Barren. Ich hab grad wieder alles aus der Küsten raus. Guck mal, Bergbau-Bohrer. Können wir Sand mit abbauen, ne? Äh, baut Erde effektiv ab. Ja, Erde sind... Bissens... Ach, was mach ich dann hier? Mein Gott. Wow. 110 Erde haben wir hier in der Kiste drin. Ja, wie kriegen wir denn diese... Ach, und die kriegen wir jetzt dann, diese Beutel voll Dings, kriegen wir hier in dem Zauber-Ding, oder was? Genau, genau. Ah! Kupfer-Barren. Ich hab' jetzt gerade überlegen, ähm... Soll ich dir die mal zerlegen, diese... Diese... Ich weiß nicht, ob ich noch welche drinne hab? Sieht das lustig aus mit dem Buch. Soll ich gleich noch Barren herstellen? Ja, ne? Eisenbacher, äh, könnte ich Kupfer machen, brauche wir sowieso immer, also. Stimmt, es wird ja gar nicht als richtigen Kupfer gemacht. Ja, gut, ich sag' aber, ich glaub' mächtiger Mahler-Tank ist zunächst für uns gut. Ähm... Da ist... Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen fahren müssen für die nächste Rüstung dann. Wir können auch veredelter Stromquarz benötigt Alltagen. Okay, mal gucken, ob wir uns da jetzt irgendwelche Stärken basteln können. Na gut, ich denke mal auf jeden Fall, dass irgendwann später, früher oder später, äh... Äh, sag' mal schnell... Äh, Bosse und sowas kommen, ne? Hier ist aber dieser, dieser, äh, Kupferde Prügel, ist ja nichts für dich. Ich hab' mir ein Dings geholt. Ich hab' mir hier so'n, so'n, so'n Schwert geholt, so'n Zweihänder. Ah! So, okay, wir wollten jetzt gucken bei dir. Ach so, da brauch' ich ja das. Na, das macht jetzt, bastelt jetzt grad' noch. Ähm... Du, du warst noch, du kriegst noch Sachen. Gut, warum packen wir mal da rein? Du hast ja, bei dir geht's ja gar nicht. Bei dir geht ja gar nichts mehr, Qualität, wenn ein Waffen, wir könnten nächstes Mal noch hier... Aber bei mir ist es jetzt eigentlich, äh... Äh, ja gut, Qualität 8 Bogen, aber da brauch' ich jetzt noch nicht, das reicht, was ich hab'. Okay, wir müssen Qualität 5 gucken und da kriegst du Jagd... Jagdhund, ne? War das bei dir? Ja. Ich glaub' ich glaub'. Oder Waldläufer? Ne. Und Waldläufer klingt eher so'n Richtung... Na, Waldläufer bist du doch, ja, mit deinem Ferienbogen. Ja, ja, genau, genau. Schützenhandschuhe... Was hast'n du von der neuen schon? Mal die Frage. Von der neuen hab' ich doch gar nix. Äh, Waldläufer-Umhang hab' ich. Was hab' ich denn hier eigentlich in meinen Tornen? Waldläufer scheinen... 30 Leben, 50 Leben... Wildhüter scheinen mir doch... Ne, Wildhüter bist du, oder? Ich bin, ähm, Krieger, ne? Ja, die Ritter-Umhang... Du bist entweder Jagd... Jagd... Äh... Wildhüter bist du, glaub' ich, du Wildhüter. Du bist doch da mit Ferienbogen, oder? Ja. Ne, Wildhüter bin ich. So rum war das. Du bist Waldläufer, meine Fässer. Brieb ich doch nicht so durcheinander. Aber ich kann trotzdem... Die Jagdhund-Geschichte bin ich denn da. Nee, Waldläufer, nicht? Jagdhund. Jagdhund oder, äh... Waldläufer? Ja, was willst du denn haben? Jagdhund oder Waldläufer? Ne, machen wir Waldläufer, weil Jagdhund, äh, braucht Knochen. Ja. Okay, dann fangen wir erstmal damit an. Ähm... Waldläufer, Hose... Du hast gesagt, du hast einen Umhang, ne, Waldläufer? Jo. So. So, das war's doch schon wieder. Warte, ich tue so in die Kiste rein, hier hinten. Und, äh... Und dann haben wir unser Partner schon wieder voll, Herr Onkel. Hahaha. Hi, der Witzker. Mein Gott. Der Wahnsinn. Zeit rennt. So, in der Kiste hier, in der letzten Kiste ist dein Zeug. Oha, cool. Baumwolle, wir haben gar keine Baumwolle mehr. So, Waldläufer. Waldläufer. Waldläufer Hose. Hey, tschick, tschick. Hm. Was ist denn jetzt hier mit den veredelten Dingern? Ach, die Veredelten kriegt nur wieder bloß aus den Rubin raus. Jetzt haben wir natürlich aus den Sparakten raus. Jetzt habe ich das natürlich alles in Quarz umgewandelt. Ich folge fast da. Jo. Was sind gehalten? Was haben wir denn hier? Stößt ein Schrei aus der verursachten Schaden. 50 Sekunden, 20 Sekunden. Wo hast denn du die Portal-Schaden jetzt alle hin? Die hab ich einstecken. Okay, gut. Schließt ein... So. Alles klar. Das klingt auf jeden Fall... Hei, Freunde. Hei, Freunde. Stößt einen Schrei aus. Das klingt doch gut. Na, aber schrei du mal. Schrei! Auch wenn es weh tut, ne? So. So, okay. Jetzt habe ich so zwei solche komischen Dingern. Halt die Portaistelle wieder hier rein. Halt auch die Portaistelle hier rein. Ich weiß nicht, wer das ist. So. Gut. Bam. Ja, es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Leider, ja. Schon übelst... Was auch so viel zu tun, ne? Ich guck nochmal deine Rüstung. Was fehlt uns denn da jetzt noch? Ach, Baumwolle. Genau. Das war's. Ja, müssen wir beim nächsten Ding mal richtig farmen wieder. Das kannst du hier vergessen. Was ist kaputt? Was ist kaputt? Hm? Ich mach das ganze Haus kaputt. Schwein. Ah, Schweine! Schwein. Karottensitzling, was will denn da hier drin? Das ist nicht. Nervo! Was? Feuergeist. Eine Zutat. Mhm. Da hier ist Sitzling. Ja, du kannst gern, äh... Ja. Machen. Kann ich gerne machen? Mhm. Äh... War sicher nicht du dran? War ich dran? Ja, ich glaub... Ja, doch. Dann würde ich sagen... Mit diesen tollen letzten blauen Portalsteinen, den ich jetzt gemacht habe, verabschieden wir uns hier von diesem Part. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, nächste Woche wieder. Im nächsten Part wieder. Und bis dahin. Ciao! 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 Ciao!